Oh shit! Was ist los? Ich hab so viel gekackt, man. Wieso ich jetzt meinen Eltern in die Augen blicken? Oh shit, aber egal, mach dir keine Sorgen. Du schreibst ja sonst immer gute Noten. Nein, aus Richard ist jetzt nicht so schlimm, weißt du? Meinst du wirklich? Ja man, Zehre. Aber warte mal, welche Note hast du eigentlich? Ich hab ne 2 Plus, man. Was? Ich hab ne 2 Plus. Du... Du heulen zurück, weil du ne 2 Plus hast! Ey, geil, tapp mal rauf! Der heult einfach wegen der 2 Plus, man! Was? Welche Note hast du eigentlich? Ah ja, warte mal, ich hab noch gar nicht nachgeguckt. Oh shit, wie geil! Ey, was hast du? Alter, das ist so geil! Ich werd Professor, man! Ich werd... Ich werd Medizinstudier... Welche Note hast du denn jetzt bekommen? Alter, ich hab mal ne 4 Plus! Ach du Scheiße, Alter, wie gut! Hä?